Was ist die Eigenkollektion? Das sind abgestimmte UNI-Tapeten, drei verschiedene Register und der Vorteil ist, alle Tapeten sind bei Schlau eingelagert, das heißt, sie haben eine kurzfristige Verfügbarkeit. Ja, vom Thema Digitaldruck schwenken wir jetzt mal auf unsere neuen Themen, die wir jetzt hier präsentieren. Das ist einmal die Kollektion aus der Barbara Home Collection. Ja, jetzt sind wir im Bereich unserer Tapeterien angelangt, unser Tapeterie-Konzept, zehn Tapeterien im Abosystem zu bekommen, das heißt, der Kunde hat einen Grundsatz von vier Tapeterien, erweiterbar auf sechs bis acht bis zehn und automatische Aktualisierungen sind der Fall. Unsere neuesten Präsentationen sind die Kollektionen Barbara Home Collection und der Guido-Maria Kretschmer natürlich. Und sollten Sie sich in diesem Sechser-Achtersatz befinden, bekommen Sie diese Sätze natürlich automatisch zugesendet, immer wieder aktuell, immer wieder aktualisiert, keine Lagerhaltung und ja, täglich aktuell. Ja, jetzt sind wir im Bereich der überstreichbaren Wandbeläge angekommen und hier können wir auf unsere Eigenkollektion, die Kollektion Verwandlungskünstler zurückgreifen. Tapeten in verschiedenen Kategorien, überstreichbar, auch ebenfalls alles bei Schlau eingelagert, in verschiedenen Breiten und in verschiedenen Farben natürlich überzustreichen und wir schwenken dann direkt weiter, sind wir im Bereich der Glattfliese, unsere Profi-Glattfliese, diese haben wir auch in ein Messeangebot eingebunden, das heißt, wir haben eine 11 plus 1 Aktion in dem Bereich, elf Rollen bekommen, zwölf Rollen bekommen und elf Rollen bezahlen. Ja, wir hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben bei diesem kleinen virtuellen Rundgang über dem Schlau-Tapeten-Stand. Wir haben hier alle Neuheiten der Frankfurter Messe, Heimtextilmesse zusammengefasst. und würden uns freuen, wenn Sie über die Informationen, die wir auch in dieser Broschüre zusammengefasst haben, sich informieren würden und selbstverständlich können Sie auch über unseren Außendienst alles, was wir hier Ihnen vorgestellt haben, ordern oder entsprechend über unseren Internet-Shop sind alle Produkte bereits verfügbar. Vielen Dank.